Musik Die staatliche Kunsthalle KSW ist eines der ältesten Kunstmuseen in Deutschland, 1846 gegründet, 2021 wird die Kunsthalle 175 Jahre alt. Wir zeigen 800 Jahre Kunstgeschichte, eine große Bandbreite, die man auch schon allein in diesem Raum sehen kann und es gibt wirklich sehr viel zu entdecken. Und die Kunsthalle präsentiert sich natürlich auch im Digitalen, sodass man sich auch dort mit unserem Haus, der Sammlung und verschiedenen Angeboten befassen kann. Ein Besuch der Kunsthalle lohnt sich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das Gebäude an der Hans-Thomas-Straße ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk, ein wirklich unglaublich wunderbares Erlebnis. Der Hübschbau und der Durmflügel, dort passen die Kunstwerke wirklich sehr gut in die Hülle, in die Gebäudehülle. Und natürlich lohnt sich ein Besuch der Kunsthalle wegen der Sammlung. Wir haben wirklich Raritäten aus 800 Jahren Kunstgeschichte. Ich glaube, dort findet jeder oder jede ihr und sein Lieblingsgemälde. Ich würde sagen, einfach kommen und sich inspirieren lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.